Sonst immer nur weil Sirup hier geguckt, weil man nicht viel schleppen muss. Ganz übersehen. Das ist alles Bier. Das ist Schweinebier, keine Ahnung. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Hier gibt es hier reichlich. Naja, aber nichts für mich. Heineken, wir haben kein Witz gesehen, Heineken, alles raus, scrollen, Corona, das ist alles kein richtiges Geh hier, ich kann es mir doch nicht erzählen, das ist irgendwie so eine Plöre, Heineken, geht vielleicht noch. Ja, 1664, das gibt so überall im Ausland, 18 Stück, 10 Euro im Jahr, das ist der Witz. Ja, das ist der Witz, der Witz, der Witz, der Witz, der Witz. Was ist das alles für ein Zeug ey? Treppe, bla, auch nicht die Kellerbräu ey. Okay, schmecken bestimmt ganz gut, manche, denke ich mal. Weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr wie Bier schmeckt ey. Siehst du, hier ist kein Witz. Ne. Krass. Boah, was ist das denn? Das ist eine Klassikflasche. Zwei Liter, acht Euro. Boah. Appell von. Uff. Hahahaha. Nicht schlecht. Böber. S Eins. Böber. Zwei coke, schief, schief. Das ist eine Klassiker die Witz.